400 Folgen Vegan Podcast, was alles passiert ist, wie wir feiern und vor allem, warum du profitierst und Proteinpulver, Super Greens und alles mögliche kostenfrei abgreifen kannst. Das alles erfährst du jetzt in dieser Celebration Folge des Vegan Podcast. Hallihallo ist hier dein Christian, dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Ja, ich hoffe doch hervorragend und ich bin in Feierstimmung. Wir haben 400 Folgen schon aufgenommen. Der ultimative Wahnsinn. 400 Folgen. Erst Vegan Fitness Podcast, dann Vegan Podcast. Ja, und heute spricht der Mr. Broccoli zu euch. Es hat sich so viel getan. Wir haben so viele tolle Rückmeldungen bekommen. Wir haben so viele Transformationen bekommen und in dieser Episode verrate ich dir, warum du heute von mir ganz viele Geschenke bekommst, was du dafür tun kannst und letztlich eben auch, wie meine Transformation geschehen ist. Aber das Wichtigste zuerst, wie kannst du jetzt eben davon profitieren, dass wir 400 Folgen haben? Natürlich, indem du weiterhin diesen Podcast empfiehlst und natürlich auch abonnierst. Aber vor allem, wenn du uns ein Testimonial schickst und zwar am besten ein Videotestimonial. Schick uns ein Videotestimonial. Was hat dich dazu bewegt, vegan zu werden? Wie haben wir dich dabei unterstützt vielleicht? Welcher Tipp oder welche Tipps hast du von uns bekommen, die dein Leben verändert haben? Ja, wie genau sah deine Transformation aus und so weiter. Je ausführlicher dein Videotestimonial, desto besser. Und für jeden, der ein Videotestimonial einschickt, dem schicke ich persönlich eine Dose veganes Proteinpulver oder veganes Superfood zu. Ganz, ganz sicher, ganz, ganz garantiert. Du schickst mir einfach eine E-Mail mit deinem Testimonial an christian-schwenzel.com Und alle notwendigen Infos dazu findest du natürlich in der Beschreibung. Das ist doch ganz, ganz klar. Und ja, da schickst du mir einfach dein Video hin und dann bekommst du von mir Proteinpulver oder Super Queens geschenkt. Geschenkt. Komplett geschenkt. Du musst keine Versandkosten zahlen. Gar nichts. Für all diejenigen, die sagen, ich habe zwar echt von dir profitiert, lieber Mr. Broccoli, lieber Christian. Ich lese deinen Blog regelmäßig. Ich habe eine Transformation hingelegt. Ich habe wirklich mein Leben verbessert, verändert. Ich habe sogar mein Leben gerettet damit. Wie auch immer. Also was alles passiert ist, erzähl es. Aber ich möchte nicht vor die Kamera treten. Dann kannst du das natürlich auch machen. Schicke uns dein schriftliches Testimonial oder kommentiere den Facebook-Artikel, den wir dazu gemacht haben. Auch den findest du in den Shownotes. Und für jeden, der ein schriftliches Testimonial einschickt, sei es über Facebook, sei es über E-Mail oder vielleicht sogar auch ein Foto, der bekommt den Vegan Kickstarter und noch dazu mein neuestes Proteinbuch, die Proteinsnacks kostenfrei zugeschickt. Das sind digitale Rezeptebücher, die normalerweise über 10 Euro kosten. Für jedes dieser Testimonial schicke ich euch natürlich eben auch diese Rezeptbücher komplett kostenfrei. Auch hierzu steckt alles Mögliche in den Kommentaren. Schaut da einfach rein. Also das meine Geschenke an euch. Wie gesagt, wir wollen uns aber noch weiter optimieren. Wir wollen Erfolgsbeispiele an unsere Leser, an unsere Leserinnen, an unsere Zuhörer schicken. Und wenn du dabei teilhaben möchtest und deine Erfolgsstory teilen möchtest, sodass alle anderen davon profitieren, merken, okay, das und das hat der anders gemacht, da ging es ihm so und so viel besser damit, dann sollte es doch für alle ein richtig, richtig guter Mehrwert sein. Und ich kann euch versichern, dass wir deine Testimonials eben auch zu Gute anderer einsetzen werden, indem wir sie beispielsweise auf einer Landingpage darstellen und so weiter. Also du müsstest uns schon auch die Erlaubnis geben, diese weiterverwenden zu dürfen. Und da wird es auch eine Überraschung geben. Und zwar Ende Januar, Anfang Februar werden wir ein neues Produkt oder ein neues Buch oder wie auch immer launchen. Da darfst du auf jeden Fall mega gespannt sein. Und wenn du jetzt hier mitmachst, bist du natürlich einer der Ersten, die davon erfahren. Und auch da werde ich eine Überraschung für dich haben. Ja, als ich 2013 vegan wurde, hatte ich nie gedacht, was für eine Revolution oder was wir damit auslösen würden. Jetzt nach über fünf Jahren oder knapp sechs Jahren vegan sein, hat sich nicht nur mein Körper verändert zum Positiven, sondern auch mein Geist. Ich lebe im Moment ein ganz anderes Leben wie damals. Ich bin viel, viel wacher. Ich bin viel, viel fitter. Ich bin viel, viel ruhiger geworden innerlich auch. Ich bin, ja, nicht mehr so nervös und vor allem eben auch, ich bin viel mehr am Gemeinwohl interessiert. Nicht nur an meinen Mitmenschen und nicht nur an den Tieren, sondern eben auch an der ganzen Welt. Ich habe zwei Töchter das Leben geschenkt und bin so daran interessiert, dass auch diese, meine Töchter und auch deine, unsere alle Nachfahren einfach ein Leben leben können, wie wir es aktuell tun, in Luxus und in Fülle. Und ich glaube, dass das auch für viele nachfolgende Generationen möglich ist, wenn wir uns jetzt an ein paar Regeln halten oder einfach ein paar Dinge uns vor Augen führen. Und dazu gehört die vegane Ernährung absolut dazu. Und ich fühle mich wirklich froh und dankbar, dass ich diesen Weg finden durfte. Ich bin geehrt und möchte alles, alles tun, dass auch du und deine Freunde und deine Menschen und dein Nachwuchs eben auch so ein tolles Leben führen können. Und eine vegan Transformation hinlegen, nicht nur körperlich, sondern eben auch mental und letztlich dann aber eben auch seelisch. Denn das ist das, was wir doch eben alle wollen, durch unser körperliches Wohlbefinden, durch unser geistiges Wohlbefinden, dass unsere Seele sich entfalten kann, dass wir, ja, dass wir Erfahrungen machen können und dass wir einfach froh und munter durch diese Welt gehen. Und genau das wünsche ich dir. Und wenn du viele, viele andere Menschen dabei unterstützen möchtest, dann feier mit uns, teile diese Episode, schick uns deine Transformation ein. Denn die wird absolut helfen, viele, viele andere Menschen auch auf diesen Weg zu bringen. Und du wirst definitiv ein Teil davon sein, dass du andere Menschen mitbereichert hast, andere Menschen auf den richtigen Weg gebracht hast und andere Menschen gesünder, glücklicher, reicher, zufriedener, vollkommener gemacht hast. Und da bin ich froh und dankbar, dass ich dich dabei mitnehmen kann. Schreib uns, was auch immer du möchtest. Hilf uns, die vegane Botschaft noch weiter zu verbreiten. Und sag uns auch gerne, was wir verbessern können, was ich verbessern kann. Dein Mr. Broccoli ist immer mit einem offenen Ohr da und freut sich auf deine Rückmeldung. Also nochmal zusammengefasst, schick uns dein Video, vorzugsweise Video und du bekommst ein Protein oder Superfood komplett kostenfrei zugeschickt. Schick uns dein schriftliches Testimonial als Facebook-Testimonial oder als E-Mail und du bekommst den Vegan Kickstarter und mein neuestes Rezepte-E-Buch komplett kostenlos zugeschickt. Sag uns einfach in diesem Video oder in dieser Textnachricht, was genau, wie du dich mit der veganen Ernährung optimieren könntest. Wie war es vorher? Wie fühlst du dich jetzt? Welche Tipps haben konkret geholfen? Hast du eine Transformation hingelegt? Dann beschreibe die. Willst du dich vielleicht bedanken oder vielleicht auch irgendwie Kritik ablassen? Dann mach das gerne rein. Also alles, was hilft, anderen Menschen davon zu überzeugen, dass sie eben auch auf diesem Zug aufspringen, hilft uns. Dementsprechend freuen wir uns. Vielen lieben Dank, dass du Teil dieser Community bist, dass du Teil, dass du ein Vegan Athlete bist, der 400 Folgen alleine im Podcast schon mitgehört hat. Über 400 Artikel auf veganathletes.com, etliche Newsletter, Social Media Postings und vieles, vieles mehr. Du bist Teil von etwas ganz Großem, du bist Teil der Zukunft und vergiss nie, du bist ein Geschenk für diese Welt in aller, allererster Linie. Danke, dass es dich gibt. In diesem Sinne, stay healthy, stay vegan, eat your Broccoli. Alles Liebe von unterwegs, dein Mr. Broccoli. Beginne mit deiner veganen Ernährungsumstellung. Wusstest du, dass es eine Wissenschaft für die perfekte vegane Fitnessernährung gibt? Damit kannst du besser aussehen, eine schönere Haut haben, gesünder und stärker sein, Fett abbauen und du musst dazu auf nichts verzichten. Wir haben über 5 Jahre die wissenschaftlich basierten Schlüsselfaktoren einer nachhaltigen, gesunden und vollwertigen Ernährung analysiert und auf den Fitness-Lifestyle angepasst. Sichere dir jetzt dein Gratis-System und erspare dir mühsames Ausprobieren. Jetzt unter vegan-athletes.com. slash vegan-start